Und wenn das passiert, weiß man nie, was daraus wird. Was hat das zu bedeuten? Oh, es ist eine furchtbare Tragödie, aber Dr. Kelso ist von uns gegangen. Dafür werden Sie tierischen Ärger kriegen. Es ist ein Witz. Niemand wird für möglich halten, dass Kelso wirklich tot ist. Ich glaube, ich kann heute Nacht nicht allein bleiben. Er ist jetzt bei Gott. Und er ist darum nicht zu beneiden. Wow. Hey! Wenn der Scheck platzt, werde ich Sie fertig machen. Alles klar, Ted.